hallo liebe community family und zuschauer ich bin es wieder bei kohlen mit der 41 folge vor und 5 erst mal dahin reißen alter ich brauche munition ich brauche meine waffe wieder ich gucke gerade mal ob ich mal gleich ein slot bei kriege da kann ich drei waffen mitnehmen weil vor dem bogen ist auch nicht schlecht aber naja ihr wisst das erste mal bei dieser kirche an kam alles klar wo ist das geschütz haut ab besser ist danke für deine hilfe beim gefängnis sorry das muss sein munition ja das war ich so neun stück hier drin hier war sie drin ich kann mir noch zusätze kaufen ich habe mal ein bisschen meine waffe aufgerüstet nö 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 meine presse ja ich auch ich muss gestehen ich hätte nie gedacht dass wir es so weit schaffen würden aber du trägst diesen Kampf zu Faev und sie weiß dass sie ihn verliert also weiter so und vergiss mehr Burke nicht falls du den Marshal da draußen rum wandern siehst dann schnappst du ihn dir Rookie wir müssen ihn aus dem Blitz rausholen Jo und tschüss ok ich hasse es langsam aber nur langsam aber nur langsam Alter ja ab durch die Blumen Headshot Ich mach nur Ressourcen frei Jo naja mach mal immer mach mal immer Alter wo krieg ich jetzt noch Schwarz wo krieg ich jetzt diese Schwarzbärhaut her Hallo Hallo Bären wir suchen euch ich ziehe um ich ziehe um ich brauche mehr Überwind ich ziehe um verdammt ich wechsle die Stellung ich wechsle die Stellung Na tschüss da ist ein Bär sieht mir nicht so aus aber Scheiß drauf Alter ihr Wichser dieser Tag ist echt das letzte freu dich bespreu dich danke Deputy beeindruckende Arbeit da beim Gefängnis ein bisschen viel Adrenalin oh man ey in der Not ich will nie wieder eine einzige ihrer dreckigen Blumen sehen aber weder schon habt ihr ein Schwarzbären gesehen zufällig soll ganz groß sein schwarz das hätte schlimmer kommen können das hätte schlimmer kommen können zum Geier zum Teufel hier ist es nicht gut bin unterwegs da kriege ich nicht mehr Scheiße da kriege ich nicht mehr Scheiße da sind Peggys nechster 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 Ich höre euch da raus. Ja macht es auch, aber mich wundert's. Ich finde echt hier kein Schwarzbär, ne? Mh. Adios Ami. Okay. Ah, Mann ist das scheiße. Wir sind schon so weit gekommen, wir sollten dir schnell zu Ende bringen. Ja sollten wir auch. Wir suchen einen besseren Winkel. Alter, warum läuft die Eid auf mir in den Schuss? Wir brauchen das ja nicht mehr. Wir brauchen das Leben noch hier, Schweine. Oh mein Gott. Das war's auch mit den Schreien. Mhm. Mhm. Ich ändere die Position. Oh nö. Oder. Ja. Und tschüss. Und tschüss. Ich brauche doch nur... Hier ist es nicht gut, ich bin unterwegs. Ich bin hier gelandet. Okay. Ich suche einen Schwarzbär, äh, 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 ein Schwarzbär und bin hier irgendwo gelandet. Ich ziehe um. Ich brauche nur Überblick. Ich brauche nur Überblick. Ja 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 ja. Ja ja ja. Natürlich haben wir jetzt ein anderes Problem. Da unten am Fluss gibt es einen gefährlichen Puma. Das ist kein gewöhnliches Tier. Er soll eines der gescheiterten Experimente der Sekte sein. Er tötet jeden, der ihm zur Nahe kommt. Wir haben ihn so voll Bliss gepumpt, man kriegt schon Halluzinationen, wenn man nur neben ihm steht. Okay. Ich hab einen Trupp losgeschickt, um ihn zu erledigen. Alles klar. Wir kommen nicht zurück. Sind wahrscheinlich tot. Ich hätte gern, dass du das zu Ende bringst. Jo. Aber ich sag dir, das Vieh ist super gefährlich und absolut unberechenbar. Okay. Jetzt klauen dich alles Mögliche von anderen Religionen zusammen, oder? Erinnert mich an die Mondfelder in... Ich glaube, er hat... Ja. Ich bin fest. Ich bin fest. Ich bin fest. Ich bin fest. Es kann vielleicht nicht mal... Ich bin fest. ja da ist ein schwarz bär in drei unions wir müssen uns klein komme was da wolle wir müssen uns kein egal wie und dann würde ich auch mal sagen machen auch langsam nachdem ich mit dem typen da fertig bin mir diese puma und links da und ja mal gucken da schwarz bär ich will eigentlich nur schnell das hier durch kriegen weil es warten noch paar andere geben ist ja auch noch auf mich dann als nipses kommt da muss ja ja weg mich weg mich weg mich er war es oh du ich kann das Ziel sehen Stellungswechsel ja Startes Heimbeschuss Sichtkontakt zum Ziel verloren Seid auf der Hut Tapfer Na? Du musst ja langsam abstürzen So hier so Achtung! Wo steckst du denn? Da Hilfe! Ja 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 schrei nicht hier rum Alles gut Wo steckst du jetzt? Ich werfe jetzt das Paket ab Ich werfe jetzt das Paket ab Alte Mistkrücke Leute, kein Morgen mehr Das wird ein Volltreffer Auge am Himmel als Licht verloren Ich nehme Schaden Verpiss dich! Ich greife jetzt an! Und hier unten sehe ich nichts Halt dich länger durch! Ja, hoffentlich stürze ich jetzt endlich mal ab Wer kommt wieder die Sau? Viele Treffer halte ich nicht mehr raus! Ich muss doch jetzt eigentlich schon tot sein! Starte Feindbeschuss! Starte Feindbeschuss! Ja! Hey! Ich bin unter Weg! Achtung! Alter! Wie soll ich hier in Ruhe jagen? Wie soll ich hier in Ruhe jagen? Wie soll ich hier in Ruhe jagen? Nee! Im Flugzeug kommt mir immer eine Quere! Bomme fliegt! Und hier oben sehe ich nichts! Alter! Da regt mich auf der Kollege! Hey Kollege Schnürstuhl! Komm an! Ich greife jetzt an! Ja, 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 ja! Tschüss! Leck mich doch am Arsch! Meine Fresse! So! Schwarzbär, wo bist du? Hätte besser laufen können! Ich hasse die Tussi! Ich suche hier einen Schwarzbären! Ein Schwarzbär, bitte bitte sich bei mir melden! Danke! Jungmännich sucht Schwarzbären! Was ist das denn? Okay! Jungmännich sucht immer noch Schwarzbären! Danke! Ich ziehe rum! Ich brauche über mich! Ich brauche mich! Ich brauche mich! Ich brauche mich! Das ist die Menschen, die sie in der exhibigkeit oder dich auf вн Hillt haben. Das ist Maggie! Kinder teurer, wo were sind denn noch Nachdenken? Danke! Heim! Ja, der Stellungswechsel! Wer liegt da jetzt? Viele! Halt! Bei der Gnade kommt's! Hilf uns in der Statt! Hilf uns all die sinnlose Gewalt durch! Deine Schilden sind dein Untergang! Du wirst qualvoll sterben! Du hattest nie einen Schaum! Ihr Vater! Ich bleib dran! Alter! Ich mach nur Ressourcen frei, hä? Ja! Ich auch! Das ist mir langsam egal, ich such immer noch einen Schwarzbären! Meine Fresse! Oh, 7600 schon, okay! Alter, da war... Ach, Mann! Ach, Mann! ... ... ... ... ... Ich ziehe um. Ich brauche mehr überwinden. Ich brauche mehr überwinden. Wollen wir was dagegen unternehmen? Viel erfasst. Hey, ich habe gehört, dass es in den Widerstandshops neue Sachen gibt. Das könnte sich lohnen. Alter, ich bin nur ein scheiß Schwarzbär und ich krieg keinen. Oh, ich bin schon bei 26 Minuten. Scheiße. Ja, du bist am Arsch hier, bitte. Wo ist meine Pistole? Okay. Okay, wir haben es noch geschafft. Gott sei Dank. Sorry, wenn die Folge ein bisschen lang ging. Aber das mit war es dann auch hiermit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Gemma Diko ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ganz herzlich will. Schaut da mal rein. In dem Sinne. Zockgut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.